Ja, du kannst ruhig abstürzen, du stirb, so, von hinten kommt doch noch einer und da ist ein Hund Und da kommt noch einer die Treppe runter, das ist nie sehr gut, ah, der hat eine Fackel, Fackel ist gut, nein, der hat ein giftiges Wurfmesser gedroppt So, einmal heilen, dadurch geht die Fackel zum Glück nicht aus Ich will erstmal dichtlos werden Ich habe so das Gefühl, gegen die Hunde war der andere Speer doch besser Und wir sind vergiftet und hinter uns ist einer Äh, giftiges Moos So Dann gucken wir mal kurz, wo wir gelandet sind Hier könnten wir hochklettern Ist hier auch was Tolles Also erstmal ist hier eine Fackel zum Anzünden Und versucht springen Äh, ja, eine Totspringen Nicht sehr gerne Ja, hier sind wir oben auf der Brücke Die Brücke führt allerdings weiter Das kann ich jetzt schon mal sagen Wir müssten eigentlich erstmal da drüben irgendwie hinkommen Dann lassen wir erstmal den Jungen hier hochkommen Äh, das war falsch So, das war richtig So, ein bisschen Orientierung brauche ich jetzt Äh, klettern wir mal hier hoch Mimik Keine Mimik Nur drei schwarze Feuerbomben Ah Giftspucker Hier können wir uns einfach runterfallen lassen Das spart ein bisschen Zeit Licht Hier machen Ah ja, und hier ist der erste tolle Turm Ach ja, hier sind überall Holztürme Aber das hier ist der erste tolle Turm Hier können wir uns nämlich Erst einmal da runterfallen lassen Und ja, ich weiß, dass wir da runterfallen können In den Zwischenboden Halte ich mich sicherheitshalber mal Licht haben wir ja jetzt genug wieder Wir hatten schon Wir haben glaube ich sogar schon mehr als wir reingegangen sind So, man kann da reinhüpfen Man kann aber auch erstmal hier rumgehen Hier anzünden Titalitbrocken aufsammeln Das ist immer schön Die Kwanstia Ja, wir sind zu dick, um dadurch zu passen Leider Und hier ist auch nichts mehr gut Das heißt, wir können nur noch durch das Loch hier rein Hier ist nichts Besonderes Hier liegt übrigens der mieseste Spucker überhaupt Den wir nämlich nicht so erreichen können Und hier müssten wir irgendwo dann durchbrechen können Oder auch nicht Ne, wir können nur da rüber Jumpen Und hey Da ist er übrigens Der Heidritter mit der Eisenmaske Ah, das wird jetzt lustig Okay, er Hält nicht so viel aus Au, aber er kann austeilen Heidritter Eisenmaske Und die Heidlanze Lanzen sind übrigens Stangenwaffen Für Stärkecharaktere Falls ich das noch nie erwähnt hatte So, du bist keine Mimik Du bist mutig Übrigens ist das hier eine sehr gemeine Leiter Jedenfalls war sie das in Ah, hier ist das richtige Aurorus-Set Ich habe euch ja schon mal das Durchsichtige gezeigt Jetzt haben wir das Richtige gefunden Diese Leiter ist übrigens sehr gemein Mal gucken, ob sie es jetzt immer noch ist Weil normalerweise kommt hier von oben einer runtergeklettert Während man hochklettert Und tritt einen von der Leiter runter Nächstes Flakor-Scherbe Das ist immer gut Und ja, für alle, die es nicht glauben wollen Wir hatten gerade mal kurzzeitig festen Boden unter den Füßen Yay So, Banditen-Großaxt Da warst du Da können wir noch hochklettern Ah, hier können wir runterrutschen Genau So So, und wo landen wir? Wo landen wir jetzt hier? Wir können hier runterfallen Da landen wir wieder da Oder hier runterfallen Da landen wir auf der Brücke Aha Nee Ich lande lieber auf der Brücke Hier So 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 Jetzt lassen wir erstmal den zu uns kommen Wow Ah Genau Der da macht mir Probleme Schnell was trinken Und dann geht es erstmal hier zurück Ja gut Ah Versuchts mit Springen Stimmt eigentlich auch Nur hier springen Ob das was bringt Ja doch, man müsste rüberkommen Versuchen wir es einfach mal Geronimo Und da kommen auch schon die Jungs So Giftiges Wurfmesser Nochmal ein giftiges Wurfmesser Das sind übrigens Öl Lachen In denen sich diese Greifhände da verstecken Die wir gerade gesehen haben Über die Ölachen können wir einfach drüber rollen Mit der Fackel, um sie in Brand zu setzen Oder eine Feuerbombe Oder ähnliches reinwerfen So Es war aber nur in einem von den Dingern Äh So ein Feind drin Ja Hier ist der Weg zurück Gut Und das hier ist Creepy Die Dinger spucken nämlich nicht Aber wenn ihr sie euch mal anseht Daumen Zeigefinger Mittelfinger Ringfinger Kleiner Finger So Ein Lebensstein Gut Jetzt gehen wir mal ganz kurz Ein Stück weit Nein Wir brechen nicht da wieder runter Den regulären Weg Also hier lang Hier lang Hier sind übrigens auch noch solche Steine Die wir aus dem Weg räumen können Der hier spuckt Nämlich Uns hier oben an Das ist auch garstig So Und so Und nee Hier können wir nicht lang Hier lang Hier über die Brücke Weil etwas fehlt noch Ja Dass ich da nochmal runterfalle und sterbe Das fehlte noch Nee Bring ich bitte nach Majula zurück Dann tauschen wir jetzt schnell die eine Scherbe ein Gucken uns mal kurz den Loot an Den wir gemacht haben Sortieren ihn weg Ja Ich möchte den Estus Flakon verstärken So Dann sind wir schon mal auf 9 Und dann gucken wir uns mal kurz am Leuchtfeuer Die Sachen an die wir so gefunden haben Also erstmal was wir so weg sortieren können Seidige Steine Die können wir nachher bei den Krähen eintauschen Dumm 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 Hier kann nix weg Banditengroßachs Die wollen nicht groß erkennen Hier die Heidelanze Aus Heidel stammende Lanze Ihre spezielle Legierung Macht sie sehr widerstandsfähig Die Zusammensetzung der Legierung Dieser Lanze bleibt ein Rätsel Der Versuch sie notwendig zu imitieren Hat jedoch den Ganz ähnlichen Bradenstahl Hervorgebracht Lanzen werden normalerweise Von Rittern hoch oben zu Rost verwendet Eine auf dem Boden zu verwenden Erfordert erhebliches Training Jo Lanzen sind halt für Stärke Charaktere Und hier haben wir die Finstere Pyromantieflamme Ein von den Pyromanten Verflendeter Beschleuniger Pyromanten erzeugen mit dieser Flamme Verschiedene Feuerkünste Wenn es nach Macht Wen es nach Macht dürstet Benot die Flamme Je mehr man zu Hülle geworden ist Desto stärker ist ihr Effekt Sauerkraft stört mit Hüllenwertung Also ja je weniger Lebenspunkte man hat Desto stärker ist die Flamme Die hätte ich übrigens gern wieder im Inventar Die tut nicht weh So wir haben die Ramponen Das ramponierte Stoffset gefunden Bei Pyromanten beliebte Kapuze Auf den ersten Blick ist sie ramponiert Doch der Stoff ist mit Pyromantie verstärkt Zauberei dient nicht zur Schaustellung Sie ist eine Kunst Mit der schlichte sterbliche Einblicke Tatsächlich um mögliche Existenzen werfen können Helm des Auhus Helm der Könige des Wüstenlandes Yugo Zuerst von Auhus Dem heldenhaften Gründer des Landes getragen Was steht bei dem hier? Erhöht Höchstbelastung durch Ausrüstung Ja das ist eigentlich dieselbe Text Der Legende zufolge besteht die Rüstung des Auhus Aus einer mysterischen Substanz Die für Feiglinge unsichtbar ist Was sagen euch eure Augen? Und dann hätten wir noch die Heidemaske Eisenmaske Von Heidernrittern getragene Eisenmaske Man weiß nicht ob Heide der Name Eines Königreichs oder eines Landes war Da es keine Aufzeichnung aus jeder Zeit gibt Es ist lediglich bekannt Dass der blaue Vater aus Heide stammt Und dass Heide später im Meer versank Jo Heidesflammentum eben Steht hier noch was besonderes Rüstung der Könige des Wüstenlandes Bei Pyromanten beliebtes Gewand Ja Gut sortieren wir die Sachen mal alle weg Ringe nicht Wunder nicht Hier auch nichts Hier auch nichts Gut Dann würde ich sagen Bevor wir im Vlog weitermachen Und noch ein paar mal runterfallen Mache ich erstmal wieder einen Cut Wir haben ja ein bisschen was geschafft Wir haben sogar einmal Koop geschafft In der Viertelstunde Mal sehen was wir das nächste Mal schaffen Also Bis dann Anyway Ich bin estão